Na, sieh mal einer an! Eine Leiter! Unglücklicherweise ist meine Baureihe für eine solche vertikale Kontrolle... Ja, schön. Unser Schicksal wartet. Einer Legende nach gibt's da diesen gewaltigen Schatz, der versteckt in irgendeiner geheimen Kammer schlummert. Wenn man sich auf die Suche danach macht, holt man sich besser jede Hilfe, die man kriegen kann. Weil das die mit Abstand durchgeknallteste, brandgefährlichste, abgewrackteste Welt im Universum ist. Gott, ich hasse diesen Planeten. Was rüffelt denn hier so? Pisswash, Gully. Igitt! Fenster hoch! Ich will aber nicht! Kurbel das Fenster hoch! Ich will, dass ich mir gar nicht... Ah! Ist Pisse! Pisse! Warum heißt es wohl Pisswash? Steckt doch schon im Namen! Ich bin's voll im Mund! Weißt du eigentlich, wie viele Leute draufgegangen sind? Bei der Suche nach dieser Kammer? Wir haben was, das denen fehlt, Schnuckelchen. Okay. Und was? Massive Probleme. Gleich regnet's hier. Deine Körperteile! Was hab ich dir gesagt? Minimale Explosionen! Null Explosionen! Ja, ja! Guten Flug, ihr Fägel! Uh, meine ist viel größer. Was soll das? Ich brauch deine Waffe! Kannst mich auch einfach fragen! Uh-huh! So was wie dich gibt es nur einmal. Du bist was Besonderes! Uh-oh! Leg sie halt auf! Ah-ah-ah-ah-ah-ah! Ah! Was läuft denn bei dem, Schief? Ich entsorge über flüssiges Bleib. Ich kann's nicht ausdrücken, wenn ihr mich so anblasst. Ach, ihr Ruppe. Ich schaff was. Ich krieg's in den Griff. Das wird schon. Warten wir echt, bis das ein Ende nimmt? Ja, glaubst ruhig weiter.